Mit Hilfe von Affinity Photo kannst du in wenigen Schritten deine Unterschrift digitalisieren und zukünftig ganz einfach per Drag & Drop unter Dokumente setzen. In diesem Video erkläre ich dir, wie es funktioniert. Um eine Unterschrift zu digitalisieren, wollen wir zuerst mal auf einem Blatt mit einem Stift ganz normal unterschreiben, was ich hier einmal mache mit Schulung für dich. Und diese Unterschrift, die wir praktisch per Hand auf ein Blatt gezeichnet haben, die fotografieren wir zum Beispiel einfach mit dem Smartphone ab. Und dieses Bild, das wir mit dem Smartphone gemacht haben, das müssen wir jetzt einfach nur auf den Computer übertragen. Dann habe ich hier schon mal Affinity Photo geöffnet. Ich habe hier in diesem Ordner das Bild mit der Unterschrift drin. Und diese Unterschrift, die ziehe ich jetzt einfach mal hier in Affinity Photo rein, so dass sich das Ganze als eigenes Projekt öffnet. Wir sehen, das ist wirklich kein perfektes Bild. Man sieht hier sehr stark die Textur von dem Blatt Papier. Wir haben hier auch so Schattenfarben, beziehungsweise auch die Hintergrundfarbe, die es überhaupt nicht weiß, sondern eher so ein bisschen gelblich und gräulich. Und wir sorgen jetzt einfach dafür, dass wir hier sozusagen die Unterschrift rausschneiden und sie später sogar umfärben können in der Farbe, in der wir sie haben wollen. Und dazu gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Das Bild ist geöffnet. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist praktisch eine Auswahl für diese Schrift zu erstellen. Und um das zu tun, müssen wir als erstes den Vordergrund vom Hintergrund abgrenzen. Wir müssen dafür sorgen, dass sich diese Unterschrift einfach hervorhebt und wir wollen dazu den Hintergrund komplett weiß machen. Das können wir jetzt folgendermaßen tun. Wir gehen in die Ebenen rein, hier auf die Anpassungen. Und unter den Anpassungen, da gibt es dann die Gradationskurven. Die befinden sich hier und die rufen wir einmal auf. Diese Gradationskurven helfen uns jetzt dabei, das Blatt im Hintergrund wirklich komplett weiß zu färben. Und zwar müssen wir dazu einfach diesen Punkt hier oben rechts, den greifen wir und den ziehen wir so weit nach links, bis wir praktisch hier über diesen Ausschlag hier drüber kommen. Also wir sehen das, wenn wir hier drüber gehen, dann sieht man das auch an dem Hintergrund, dass der dann wirklich ziemlich schön weiß wird. Und hier gehen wir einfach so weit nach links, bis wir eben wirklich einen weißen Hintergrund haben. Man sollte nur darauf achten, wenn wir zu weit nach links gehen, dann verschwindet irgendwann auch so ein bisschen die Schrift. Das sieht man hier. Deswegen nicht zu weit. Wie gesagt, hier ungefähr ist eine gute Position. Der Hintergrund ist jetzt schön weiß und unsere Schrift ist noch gut zu erkennen. Man kann dann auch mit dem Punkt links unten, den kann man ebenfalls greifen und den so ein bisschen nach rechts ziehen, um die Schrift so ein bisschen zu verstärken. Auch hier sollte man nicht zu weit gehen, denn sonst sieht das irgendwann komisch aus. Das sehen wir hier. Aber so ein kleines bisschen nach rechts kann man durchaus gehen und dadurch die Schrift, wie gesagt, so ein bisschen verstärken. So haben wir hier auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Der Hintergrund ist weiß. Die Schrift hebt sich schön ab vom Hintergrund. Wir können das Fenster hier wieder schließen. Das macht es uns jetzt auf jeden Fall deutlich einfacher, eine Auswahl für diese Unterschrift zu erstellen. Und diese Auswahl, die erstellen wir jetzt, indem wir hier unten auf die Kanäle gehen. Die sind bei mir schon geöffnet. Standardmäßig ist hier vielleicht irgendwie ein anderes Studio ausgewählt. Je nachdem muss man hier eben erst mal auf die Kanäle wechseln. Und hier wollen wir die roten Farbtöne auswählen. Wenn wir da einfach mal einen Klick drauf machen, dann wird das Bild so schwarz-weiß. Und da sehen wir jetzt eben auch wieder deutlich den Unterschied. Schwarze Schrift, weißer Hintergrund. Und wir wollen jetzt eine Auswahl über diesen Farbkanal erstellen. Das heißt, wir können hier unter rot einen Rechtsklick da drauf machen und als Pixelauswahl laden. Da drücken wir einmal drauf. Und dann sehen wir hier, dass hier eine saubere Auswahl erstellt wird. Ja, wir sehen, die Schrift ist gut ausgewählt. Was hierbei jetzt aber das Problem ist, ist, dass wir praktisch den Hintergrund ausgewählt haben. Das sehen wir an der Umrandung ringsherum um das Bild. Und wir wollen diese Auswahl jetzt praktisch umkehren. Wir wollen ja, dass unsere Schrift ausgewählt ist und nicht der Hintergrund. Dementsprechend gehen wir oben auf Auswählen und auf Auswahl umkehren. Ja, das ist dieser Punkt hier, Pixelauswahl umkehren. Da einmal drauf drücken. Und dann sehen wir, verschwindet die Umrandung hier ringsherum. Und nur noch unsere Unterschrift ist markiert, so wie wir das haben wollen. Damit hätten wir die Auswahl jetzt auch schon erstellt. Wir können jetzt folgendes tun. Wir können einmal hier wieder in die Kanäle, können auf diesen Pfeil hier drücken, um alles zurückzusetzen. Dann kriegt die Schrift auch wieder die ursprüngliche Farbe. Wir können jetzt unsere Ebenen beide mal deaktivieren, also einfach hier jeweils den Haken rausnehmen. Und dann haben wir praktisch einen transparenten Hintergrund. Und wir haben hier einfach nur noch unsere Auswahl. Und diese Auswahl, die füllen wir jetzt mit Farbe. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel, dass wir einfach hier links das Rechteckwerkzeug nehmen. Mit diesem Rechteckwerkzeug ziehe ich hier einfach ein Rechteck über die Auswahl drüber. Dann können wir diesem Rechteck direkt mal eine passende Farbe geben, hier im Farbstudio. Ich nehme hier so ein Dunkelblau. Und was wir jetzt einfach tun können, ist, dass wir in den Ebenen dieses Rechteck angewählt haben und hier auf Maske drücken. Maskierungsebene für das Rechteck. Und schon haben wir die Auswahl hier mit Farbe gefüllt, mit dem Rechteck sozusagen. Und wir benutzen unsere Auswahl als Maske. Wir können die Auswahl dann wieder entfernen, oben auf Auswählen und auf Auswahl aufheben. Damit werdet ihr entfernt und wir haben jetzt unsere Unterschrift hier schön digitalisiert. Wir sehen transparente Hintergrund und farbige Unterschrift. Das Coole hierbei ist jetzt eben, dass wir die Farbe auch noch im Nachhinein verändern können. Wir haben ja hier dieses Rechteck. Das kann man hier anklicken und kann hier ganz beliebig im Farbstudio die Farbe verändern. Das sehen wir hier, ja, also man kann sich dieses Projekt praktisch abspeichern. Und dann je nachdem, was man macht, wie man die Unterschrift haben möchte, kann man jederzeit das Ganze zum Beispiel mal schwarz färben, mal eine rote Unterschrift, mal eine blaue, je nachdem, wie man sie eben gerade braucht. Und so haben wir das Ganze eben digitalisiert. Natürlich, um das Ganze dann später passend einzufügen, würde ich dieses Projekt noch zuschneiden. Das heißt hier das Zuschneidewerkzeug und das Ganze passend zuschneiden. So, dass das kein allzu großes Bild mehr ist, wenn wir das dann irgendwo drunter setzen. So, denke ich, passt das. Mit der Enter-Taste kann man das bestätigen. Das wäre unsere digitalisierte Unterschrift. Und dieses Bild, das muss man jetzt einfach hier oben auf Datei exportieren. Und dann, ganz wichtig, als PNG-Datei abspeichern. Denn nur dann hat man auch diesen transparenten Hintergrund, ja, also PNG-Datei irgendwo in den Dateien abspeichern. Und dann ist es in Zukunft möglich, diese Unterschrift unter beliebige Dokumente drunter zu setzen. So einfach funktioniert das. Ich hoffe, wie immer, dass es verständlich erklärt war. Schau gern in die Videobeschreibung, falls du noch mehr über Affinity Photo lernen möchtest. Denn da ist mein kompletter Affinity-Fotokurs verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns bald wieder in einem meiner nächsten Videos.